Ich mache weiter mit einer neuen Runde Shadow Warrior. Und wir sind... Ich muss schnell schauen. Finde den Golem und Birg das Nobizura Cage. Ich habe eine Kage für Cage. Wir müssen das Schwert... Die Sorge bekommen es wahrscheinlich schon bald. Wir überholen es schon bald. Aber es geht wahrscheinlich erst richtig los zu spielen. Ich fürchte, dass das alles nur ein Vorgeschmack bis jetzt war. Das müssen wir abchecken. Das ist doch sicher noch ein Geheimnis. Irgendwas zu plündern. Karma. So ist das im Leben. Für gutes Karma musst du nur die richtige Schale finden. Hier geht es ja auch noch rein. Gleich noch nicht nachher. Diese Bambusscheiße. Ich wundere, ob ich hier so viel sehe. Hier steht irgendwie noch so rein. brenn du schwein jetzt ist das zum Beispiel magische Stelle aber hier jetzt mal wieder etwas hä muss ich die ganze bambus feld absuchen oder auf 100 irgendwo etwas ist hier rings herum ah die flieg alle in die Luft im ersten Film auch das ich aber direkt hier soll probieren drum muss es so um zuerst und du geh gleich umdreht dann kommst du da kommt er wieder auf wenn du jetzt abschiessest geht nicht kugelsicher kugelsicher ich bin fürchtet es geht hier die lucia mhm mhm die Schilden müssen auf das Mal eingestecken jetzt aber nur mit einem Schlag 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 splattern ja mit einem Schlag 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 muh Geh mal! Tja tja! Ich suche erst mal hier ab Dann gehe ich dann wieder hoch und zurück Dass er irgendwo noch etwas hat. Die Taschenlampe ist gleich die stärkste, die man hier hat. Ja, das ist auch nichts. Gab es etwas, hätte ich es nicht gefunden. Ich hoffe es nicht mehr, schnell zu zacken. Wenn ich etwas mache, dann ist es falsch. Ich hoffe es nicht mehr, schnell zu zacken. Warte, du hast einen Vorwärtsmove gemacht. Ich hoffe, es wird nicht zur Normalität mit diesen leeren Kisten. Das ist nichts dahinter. Ich habe einen Vorwärtsmove. Ich habe einen Vorwärtsmove. Wie kommst du? Gut, ich gehe durch. Ich habe einen Vorwärtsmove. Oh, das hat mich verletzt. Die fucking Scheiße. Die Vase hat mir schon 4 Punkte Schaden gegeben. Ich habe eine Höhenstabung. Elendige Dreckenswase. Wo sehe ich denn meine A plus 25? Das ist es. Aber ausser aussen konnte ich nicht schauen, wenn ich das jetzt so sehe. Da sind wir noch nicht schauen. Ist das sicher auch noch etwas? Jetzt sprengt sie sie wieder nicht mehr. Als ich da drin stand, sind sie alle miteinander in die Luft geflogen. Jetzt musst du sie wieder eins nehmen. Ja, merci. Schläge. Ich darf es noch nicht zusammenfinden. Ich bin jetzt auf einem Versteck gefunden. Was finden Sie denn? Hä? Ist es vielleicht hier noch im Wasser, wenn ich sie sehe? Da ist ja klar, ich finde wieder nichts. Oh doch. Da sieht es wieder heftig nach. Nach dem Original aus. Das ist so geil. Das wäre cool. Es wäre cool, wenn das Spiel beim Durchspielen das Originalspiel noch freischaltet ist von damals. Da hätte ich echt Bock drauf. Ich könnte sagen, dass man noch ein Geheimnis findet, wenn man weiss, wo irgendwie. Ich habe zwar Karma gefunden, aber kein Geheimnis, das ist echt komisch. Das ist so eine secret stage. Ich hoffe, ich habe etwas Müsse gefunden. Müsse, aber nicht eh gehabt. Ich habe etwas Müsse gefunden, aber ich habe etwas Müsse gefunden. Ich habe etwas Müsse gefunden. Ich habe eine Geschichte. Die Tür geht nicht auf, oder? Geht aber die Tür nicht auf. Also mal zurück. Ei, 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 ei. Schmirli, Hilfe! Das schade, wenn alles in dieser Brücke herumsteht, oder? Komm ich da noch raus? Jetzt kann ich mal... Perz! Ah, ich habe so einen Rundumschlag. Schwill! Ah, Jungs, Massaker! Massaker! Schwilliii! Unterwege mich jetzt mal so langsam. Ei, 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 die braten wir aber einen rein. Nein, Baby. Oder etwa drauf, nächstes. Ich tue so einen Boden an. Er kann auch die Erkenntnisse verschneiden. Jetzt würde ich so eine Menge mehr. Hey, wie viele Helmen da noch? Ich muss noch ein paar Schuliken einsetzen, aber weg mit Schaden. Das ist immer noch nicht alles. Ich bin für mein Verhältnis zufrieden. Aber dass ich hier wieder zurück... Ah, jetzt geht es auf. Woher wäre ich denn? Hier, oder? Ich hoffe ja nicht ein Gebäude übersehen. Seht ihr das? Das ist wirklich das Gebäude, das ich reichen möchte. Schwing. Aber es sieht schon ein bisschen danach aus. Aber es sieht auch irgendwie alles gleich aus. Das hätte man immer nicht wollen. Ich sehe es vielleicht etwas besser. Ja, ich bin richtig. Das war aber das nächste Haus hier. Ah, so im Blut... Blut Whirlpool. Oh, tut das gut. Oh, schau hier, da sitzt auch immer drin. Mh, lecker. Die sind auch wieder auf... ...aufgenagelter Wind. Der ist schon zerstörbar. Die sind auch noch... ...und die sind. Die sind auch noch... ...ausschen. Die sind auch noch... ...und ein bisschen gut. Aber es wird auch langweilig, da bin ich nur noch um die ganze Zeit herum zu suchen. Wenn man es eh nicht weiss, was läuft. Die Steine, wie man das bedeutet. Die kann man wegschieben oder etwas. Die Steine. Peng, peng, peng. Oh, hier hat es auch Steine. Aber es ist ja da, wo ich war. Ich war in einem alten Steine, wo ich daran bin. Ich sehe alle Geheimnisse. Die ist mir wieder einmal verborgen geblieben. Ich habe keine Rüstung, das wäre cool. Es ist sehr schräg. Zum Teil explodieren sie, wenn du drin stehst. Zum Teil nicht. Und wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Mein Freund und Kollege. Mein Freund und Kollege. Da ist er. Da ist er jetzt mal entdeckt. Wo ist er? Ah! Wo ist das hier? Da hinten kann man sie hören. Was war das? Die Lampe? Mann, Mann. Explosive Welten. Ah, das Grüne habe ich. Das Grüne habe ich. Ich muss noch das Roten und das Blaue zerstören. So geht das. Das ist nicht so eine Sache. Zuerst habe ich nur das Medipack. Wenn ich dann nicht zu blöd wäre es zu finden. Ja. Puda. Puda, Puda, Bruda. Oh, ich komme mich da hoch. Wo geht es denn da rauf? Das sieht alles so gleich aus. Aber das ist der andere Bereich. Bevor ich dann noch nicht schnell... Jetzt kann man dann auch wieder so Wellen. So Serious Sam mässig. Hier hat er ein Medipack. Und ein Figurchen oder so etwas. Ich bin gerade sehr gnädig hier. Von hier bin ich auch. Okay, da hinten... Ist eine. Und hier rechts nehme ich zuerst die Grüne. Die Grüne, die Rote. Also kommen die Jungs. Es passiert auch, wenn wir beide zerstören. Ist das wieder so eine Sprengattentätige? So etwas so ausgehen. Das ist jetzt wieder eine Granate. Da ist ja der Huko. Huko Krokos. Zuerst. Zuerst steht der... ...13 an. Da sind die Kleine noch alle weg. Und schnipp. Eiei. 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 Jetzt tun wir es wieder. Schön, kurz,守ボル. Komm, komm, komm. Jack, 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 Jack. Lass ihn auf, zweimal füren, jetzt geht es wieder nicht mehr. Jetzt geht es. Oh, der Stress. Hier ist es oft. Jetzt haben wir das Medipack. Das habe ich nicht entdeckt. Mal schauen, woher bin ich. Hier hinten? Dann war ich in diesem Fall schon hier? Oder auch noch nicht? Das sieht zwar nicht so aus. Ah, da geht es nicht weiter wie es. Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Hier holen wir das Medipack nach diesem Kampf. Mal schauen, ob da irgendetwas ist. Schrankes Versteck gefunden. Jetzt geht es los. Jetzt geht es wieder los. Dann ist es gleich wieder zu. Bämse. 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 Wir bringen die Schilder nicht mehr kaputt. Die Schilder nicht mehr kaputt. Ja, das macht doch nicht. Dann müssen wir die Schilder nicht mehr kaputt. Ich bin kein Koch. Aber ich binstyret für die Schilder nicht mehr kaputt. Das sollte man als ein hartes Einsetzen gegen so ein... Wow, was ist das, wenn man hier springt? Und etwas springt doch hier oben. Ja, oder? Was ist denn das? Das kann ich nicht definieren. Irgendwie ein Vogel oder so? Das ist doch ein Vogel, oder? Ein Dämonenvogel? Komisch. Und tschüss. Geht auch nicht auf ihn. Was er best macht. Du hast wirklich den Ass in den Mass-Murderer. Wenn jetzt hier wieder dazwischen gestanden, hätte es dann garantiert hier in die Luft gejagt. Nehmen wir noch Skim nicht schoen. Ich bin dran. Nehmen wir doch nicht hinzu. Die kann man als K.E. nicht schoen. Die müssen wir nicht hinzuziehen. Das ist ein Fahrrad. Bin ich schon drin? Ja, wenn du in der Nacht bei einem Topf stehst, wenn du so total anlagst, dann fliegt der andere in die Luft. Aber nur wenn du neben dem Topf stehst, und weiter weg bist du nicht. Du wirst später aufhören zu zögern. Erst kaufen nach einer Reise. Buddha enthauptet Alakbar. Bim! Oei! Bim! Meine Waffen brauche ich irgendwie fast gar nie. Komischerweise. Rammeln sie wieder, die zwei. Geht beide verrutscht, oder ist einer ab? Ja, beide. Ja, die hat... Du, viel zu grosser Magen für einen Hase. Grafikfehler. Der schwebt. Magie. Magie. Magiemüll. Wir gehen mal kurz. So... Machen wir mal Pause. Es war noch nichts mit dem Schwerbesorgen, ich dachte, es geht schneller. Okay, ich habe noch das Karma, ich vergeb' noch schnell. Geld habe ich auch noch. 1800, das reicht gerade. Wollte ich es nie brauchen. Kristallen habe ich wahrscheinlich einige verpasst. Katana, Orben, da fehlt mir nur noch das. Zweimal zurück und halten. Das ist nicht so ein Bereich voll, oder? Wissen. Der hat sich jetzt voll gekleidet. Das ist fertig gemalt, das ist cool gemacht. Das wäre noch so etwas. Götter-Töter. Das sind die schwierigen Gänge. Die ganze Sprint-Technik hier. Glück. Meine Güte. Meine Güte. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Du siehst nur selten kleinere Objekte. Du siehst nur selten kleinere Objekte. Das ist 10% mehr ohne. Beide siehst du, wenn du siehst. Du siehst nur die Zander. Ich kann die Zander wenn du siehst. Ah, das mache ich als nächstes. Jupp.